Ich kann nicht gut machen, was ich euch angetan habe. Irgendwann. Kannst du mir dann verzeihen? Niemals. Ich bin die Einzige auf deiner Seite. Der Kerl kriegt, was er verdient. Carla! Ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Ich will, dass wir das alles hinter uns lassen. Dafür habe ich eine Lösung. Es ist kompliziert. Wo bringt uns das hin? Das Leben geht so schnell vorbei. Mit mir springt keiner so um, Nadja. Dann viel Spaß. Raus hier. Was willst du? Soll ich gehen? Wir haben alle wirklich schon genug gelitten. Und es sind genug Leben zerstört worden. Wir haben keine andere Wahl. Doch, die haben wir durchaus. Dieser Almdron muss endlich aufhören. Trotz allem sind wir eine Familie. Ich werde meine Freunde immer beschützen. Ich habe gesehen, wer ihn getötet hat. Wen? Wen hast du gesehen? Doch, die wird nicht besser. Diesmal twee, ganz meine societäte eine Familie. Ärgvertande. flautere Putnam-